Weiß ich überhaupt, dass ich wirklich ein Mann bin? Und ist das nicht politisch unkorrekt, dass ich jetzt ein Mann bin? Du bist ein Mann, mein Gott, du bist ein Kerl. So. Wir können ja mal anfangen mit dieser Geschichte hier, mit dem, mit dem, äh, Wer bestimmt mein Geschlecht? Ich glaube, das ist sehr, sehr ergiebig zum Gucken. Von Terra Explore. Terra Explore, ja. Ja, wie gesagt, einer von, äh, unzähligen Kanälen der Öffentlich-Rechtlichen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Ich wurde mit einem Penis geboren. Aber heißt das auch, dass ich ein Mann bin? Früher hätte man wahrscheinlich gesagt, ja klar. Ja, würde ich auch heute noch sagen. Da hat sich nichts dran geändert. 2023 ist das anders. Wenn ich so ehrlich in mich reinfühle, würde ich schon sagen, ja, ich fühle mich als Mann. Aber woher kann ich so sicher wissen, wie sich Mannsein anfühlt? Und woher kann ich hundertprozentig sicher sein, dass ich ein Mann bin? Ja, was bist du denn für ein Lappen, ey? Das geht ja schon gut los. Sei doch einfach, wann ist ein Mann ein Mann? Mein Gott. Wann ist ein Mann ein Mann? Am Ende führt das zu einer Frage. Wer bestimmt unser Geschlecht? Wer bestimmt, ob wir Mann, Frau oder vielleicht auch nicht? Die Biologie, du Hannes. Meine Güte. Also ehrlich. Das ist doch... Ich meine, er hat ja offenbar keine Probleme irgendwie. Er hat ja keine Gefühle, dass er sich irgendwie wie eine Frau fühlt oder irgend sowas. Aber trotzdem, obwohl er klar weiß, er ist ein Mann, weiß ich überhaupt, dass ich wirklich ein Mann bin? Und ist das nicht politisch unkorrekt, dass ich jetzt ein Mann bin? Du bist ein Mann. Mein Gott, du bist ein Kerl. Was sind das für bescheuerte Fragen? Also es geht doch schon wieder gut los hier. Ja, Leute, ihr merkt schon, das wird lustig. Ich bin jetzt schon auf Achse hier. Ich treffe jetzt Phoenix Kühnert. Phoenix ist Model, Autorin, Aktivistin und Transfrau. Genau wie ich... Also Felix Kühnert ist Aktivistin. Okay. Jetzt sind wir alle sehr gespannt, was uns jetzt rein äußerlich erwartet. Wurde sie also mit Penis geboren? Und ich will wissen, wie ist das, wenn man dann irgendwann merkt, wenn man irgendwann fühlt, das passt nicht. Ich bin eigentlich eine Frau. Hi, hey, moin. Moin, hi. Schön, dass Sie treffe, nicht zu treffen. Wir machen jetzt erstmal noch... Du bist Phoenix. Das gesehen. Ach, die haben wir schon mal gehabt. Die haben wir schon mal gehabt in einem Beitrag. Wo dieser Fitness-Typ da, der sagte, er kann mit trans Leuten nichts anfangen und würde sich nie mit denen daten. Und sie dann irgendwie behauptete, das wäre transfeindlich. Genau. Die hatten wir schon mal. Ja, aber darin sieht man ja schon, diese Leute müssen immer wieder vor die Kamera geholt werden, weil so viele gibt es von denen nicht. Das sind immer dieselben, die man am Ende... Die man immer vor die Kamera holt, um dieses Thema irgendwie immer wieder zu pushen. Aber es gibt halt nicht so viele von denen. Was zeigt, dass es eigentlich gar kein so riesiges Thema ist, wie manche glauben. Ja, ich frage eine Frage. Seit wann weißt du, dass du Sis bist? Soll ich dir ganz ehrlich sagen, dass ich bis heute manchmal denke, wie sicher kann ich das überhaupt sagen? Ich wollte, als ich meinen ersten Zahn verloren habe, kein Auto haben oder was vom Playmobil, sondern eine Barbie. Und ich habe das aber nie interpretiert als, okay, ist das jetzt unklar, dass ich mich als Junge fühle. Aber das habe ich gar nicht gedacht. Entschuldige mal, Junge. Du lässt dich ja offenbar verrückt machen. Über Jahrzehnte ist das völlig klar gewesen für dich, dass du ein Mann bist. Und jetzt quatschen alle so sehr auf dich ein und reden auf dich ein, dass du mittlerweile jetzt nicht mehr weißt, was du machen sollst. Du lässt dich verrückt machen von anderen. Es ist alles in Ordnung mit dir. Du bist ein Kerl und damit ist das Thema erledigt. Für mich ist ein total wichtiger Punkt, dass wir nicht anfangen, eine Person nicht mehr als Mann zu sehen oder zu verstehen, nur weil diese Person oberflächliche Dinge tut, denen wir plötzlich ein Geschlecht gegeben haben, was sie gar nicht haben sollten. Ist das deine Motivation hier mitzumachen, als dich gefragt habe, ob du zeitlos selbst für ein Gespräch... Nee, dich kennenlernen was eigentlich. Wie der hat bei Wer wird Millionär gewonnen, sagt jemand. Ist das so? Kennt man Leon Winscheid? Ich weiß nicht. Kennt ihr nicht. Ich glaube, hier hat noch keiner mitgemacht, um mich kennenzulernen. Ich wusste nicht mal, wer du bist. Ist nicht schlimm. Also ich würde sagen, dass ich mittlerweile immer mehr Dinge tue, weil ich gut bin und nicht nur, weil ich trans bin. Beispielsweise, ich habe jetzt eine Rolle in einem Film gespielt und einfach nur, dass ich da bin oder auch wenn ich in irgendeiner Werbung bin, das ist immer Repräsentation und das ist wahnsinnig wichtig, weil ich weiß genau, wie es sich anfühlt, sehr jung zu sein und eben die Repräsentation... Das wissen wir alle nicht, wie es sich anfühlt, sehr jung zu sein. Das haben wir ja alle nicht erlebt im Leben. Das weißt nur du, wie es sich anfühlt, jung zu sein. Die Union, die mir so geholfen hätte, auch zu verstehen, wer ich selbst bin, nicht zu haben. Deswegen weiß ich, wie wichtig das ist. Es gab in deinem Buch einen Satz, ich wurde als weiße Frau rassistisch und misogyn sozialisiert. Ah, ja. Ich glaube, das stimmt bei mir auch als weißer Mann. Oh, Junge, sag mal, Alter, nimm dir doch die Peitsche und peitsch dich selber jeden Abend aus dafür, dass du ein weißer Mann bist, echt. Lass dir in die Eier treten oder was weiß ich und schneide die Eier ab am besten. Vor lauter Scham darüber, dass du ein Mann bist. Alter, wie kann man sich denn so selbst verrückt machen mit dem Thema? Also wirklich, das ist doch nicht normal, sowas. Transphob sozialisiert wurde. Das glaube ich auch. Das kann ich mir gut vorstellen. Ach, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich selbst sogar auch. Ja? Ja. Ich mag es, was direkt zu uns Eingemachte geht. Wenn ich das so sagen darf, ich habe die Fotos von dir gesehen, dein Buchcover gesehen. Und dachte, es ist hot. Ich dachte, hot as fuck. Und dachte dann, aber wenn wir uns jetzt treffen würden, wenn wir uns daten würden, ja, und dann irgendwann, weiß ich nicht, ich komme zum Sex und ich würde dann sehen, okay, du bist eine Transfrau. Was würde, ja, geht dir schon so weit? Ich würde, ja, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell. Okay, sorry. Nein, nein, um Gottes willen. Ich persönlich würde niemals es dazu kommen lassen, dass du erst so spät erfährst, dass es ausfällt. Ah, okay. Ich wüsste, du würdest mir das irgendwann sagen. Ich würde dir das vorher sagen. Okay, gut. Also ich wäre ja auch, weil natürlich kann es sein, dass deine Präferenz das nicht ist. Genau. Und dann würde ich aber auch meine Zeit nicht verschwenden. Das wäre zu gefährlich. Das kann durchaus, das ist sogar sehr wahrscheinlich, dass es seine Präferenz nicht ist. Wie sie immer so tun, dass dieses minimal anteilige Ding irgendwie an der Gesellschaft jetzt so ein Riesenthema wäre, als wenn jeden zweiten Menschen in dieser Gesellschaft das Thema betreffen würde. Das wird so permanent, wird einem das so untergeschoben irgendwie. Also bei Männer aus dem Internet oder egal Männer, sind halt gefährlich für Frauen, vor allem auch für Transfrauen. Und es gibt leider viel zu viele Beispiele und Erfahrungen von Transfrauen, die einem Mann im Regelfall dann erst später gesagt haben, dass sie trans sind und zusammengeschlagen wurden. Echt? Ja, natürlich. Naja, entschuldige mal, das ist ja auch, das muss doch auch bitte gleich zur Sprache kommen. Zusammenschlagen ist natürlich keine Reaktion, die akzeptabel ist. Das ist ja wohl klar. Aber du kannst doch nicht irgendwie jetzt erstmal so tun, ich bin eine Frau und dann treffst du euch ein paar Mal und dann irgendwann kommt es dann doch zu intimeren Momenten und dann plötzlich zieht er dir den Rock runter und da kommt ein kleiner, ein Elfter Finger zum Vorschein sozusagen. Ja gut, dass das natürlich dann erschrecken ist, ist doch klar. Ich meine, also ganz ehrlich, also wie gesagt, Gewalt geht natürlich gar nicht, aber das muss man doch gleich bitte zum Thema machen, wenn man ein Date hat. Entschuldigung, also ganz ehrlich. So, deswegen, ich würde niemals, ähm, ich würde niemals dieses, also auch so, das ist ja auch ein Risiko, würde ich nicht eingehen, weil es ist unberechenbar, was dann passiert. So weit, so weit war ich ehrlich gesagt gedanklich noch nicht. Ja. Wenn jetzt Geschlecht so ein Riesenthema ist, wenn es da so viel Sorge gibt, dass es da irgendwelche Trends gibt und wird sich alle trans werden, dann will ich mal sehen, wie Leute das sehen und vor allem auch, wie die ihr Geschlecht definieren und wie groß die Rolle vom Geschlecht bei ihrer Identität überhaupt ist. Habt ihr kurz Zeit? Schade. Euch muss ich mal was fragen. Das ist ja wie Feroz Kahn, ne? Der macht doch mal Change My Mind und setzt sich auf die Straße und, 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 und setzt irgendeine These in die Welt, wo denn Leute, wo Leute denn kommen und, und, äh, und ihm ihre Gegenmeinung sagen. Ja, hat er das erfunden oder, oder wo kommt das her? Oder ist das schon länger irgendwie ein Phänomen? Keine Ahnung. Ich kenne es von Feroz Kahn eigentlich. Fritz, bist du ein Junge oder bist du ein Mädchen? Junge. Junge. Wie heißt der Junge? Fritz? Wie kann man denn ein Kind Fritz nennen heutzutage? Ist das wieder, ist der Name wieder in? Das, äh, Fritz. Klein Fritzchen. Bist ihr dir sicher? Geschlecht ist ein Gefühl oder wird man als Mann geboren? Zweiteres. Zweiteres. Sicher? Kurze Frage. Überhaupt ein Kind so was zu fragen. Das ist doch schon, das ist doch schon indoktrinierend. Es gibt nur zwei Geschlechter. Ich finde, dass man unterscheiden muss zwischen einem biologischen Geschlecht und dem Gender an sich, wie man es so nett sagt. Und da, finde ich, muss jeder für sich selber entscheiden. Jetzt werde ich geboren, wie ich hier so vor dir sitze. Dann ist für dich das biologische Geschlecht klar, Mann. Und dann darf ich mein Gender aber entscheiden. Wenn du mir das jetzt so sagst, ich kann es ja nicht sehen, was ein biologisches Geschlecht ist. Risi, war das für euch mal Thema? Also insbesondere in unserer Generation ist es, glaube ich, ein sehr allgegenwärtiges Thema. Aber für mich persönlich war es nicht so eine Frage, weil ich mich sehr wohl mit meinem biologisch zugewiesen Geschlecht fühle und das auch mit meinem Gender übereinstimmt. Für mich. Habe ich für mich beschlossen. Ist Geschlecht ein Gefühl? Bestimmt. Ja? Ja. Und als was fühlst du dich? Als Mann. So klar? Ja. Jemals anders gefühlt? Nein. Nein. Dein Kind kommt zu dir und sagt, ich bin trans. Okay. Kein Problem. Also diese Unsicherheit, ich spürt nie. Aber auch total, also diesen Raum gab es ja dann irgendwie auch gar nicht. Ja, das trifft auch auf 99 Prozent der Männer zu. Also was soll denn das? Das ist doch albern jetzt, da die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Das ist wirklich... Warum nicht? Oh Leute, nee. Weil man halt in dieser Gesellschaft groß geworden ist und der diese Frage sicher auch nicht auftut irgendwie. Also, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie das für Leute ist, die diese Frage in sich tragen und das mit einem Nein beantworten. Moin, eine Frage. Ist Geschlecht ein Gefühl oder wird man als Mann geboren? Hat gar keinen Bock. Was ist mit dir? Thema Geschlecht. Geschlecht ist ein Gefühl. Was sagst du? Jetzt in die Kommentare. Würde mich wirklich sehr interessieren, was deine Meinung dazu ist. Und ich lese mir das alles durch. Versprochen. Ihr seht so interessiert aus. Ist Geschlecht ein Gefühl oder ist das biologisch festgelegt? Obwohl, welches ist ZDF, da wird meine Meinung eh nicht ausgeschrieben. Bitte, schön Platz zu nehmen. Schön, dass du da bist. Geschlecht ist ein Gefühl. Was sagst du denn? Könnte ich mir vorstellen, tatsächlich. Aber? Ja, da können ja Männer, die sich als Frau fühlen, die können ja auch die Kinder in die Welt setzen. Das ist dann ja offenbar kein Problem. Das ist ja nur ein Gefühl. Das hat mit Biologie ja nichts zu tun. Männer müssen sich einfach einbilden, dass sie eine Gebärmutter haben und schon können sie schwanger werden. Oder was? Was ist das für ein krankes, was ist das für eine kranke Gesellschaft? Echt, das sind so die, das ist doch krank. Also ehrlich, das ist doch nicht normal. Ich finde das echt, also bei aller Toleranz, die man da natürlich haben soll, um Gottes Willen. Aber ich finde das mittlerweile, es wird einem richtig ausgeredet, wenn man einfach nur ein Mann ist oder einfach nur eine Frau ist. Dann ist man schon irgendwie suspekt. Schwierig, sich das vorzustellen. Warum? Aber warum? Weil man so nicht erzogen wurde wahrscheinlich. Wie fühlst du dich denn? Ich fühle mich männlich. Ganz klar? Ganz klar. Also, würde ich jetzt mal so sagen. Aber es ist ja so ein Wort. Jetzt habe ich einen Penis und sage, ich bin aber eine Frau. Ja. Akzeptiere ich. Ja, eben. Aber? Das klingt nach einem Aber. Nein, ich akzeptiere, dass das innerlich bestimmt sich auch jemand anders denken kann. Aber also körperlich nicht. Du entscheidest nicht, was du für ein Körperteil hast oder nicht. Ja, das finde ich mal die Gesellschaft. Da kannst du auch nichts dran ändern, ob das Körperteil jetzt männlich, weiblich oder was weiß ich ist. Aber es ist ein Unterschied. Es ist ein Unterschied. Was mir auffällt, ist, hier kommt jetzt keiner und sagt, Boah, mich nervt das total. Und es gibt ganz klar Mann und Frau, nur zwei Schubladen. Klar, nach außen sind wir alle offen und aufgeklärt und tolerant. Ja, weil das zwei verschiedene Sachen sind. Das eine ist es, zu akzeptieren, dass es Transgender-Menschen gibt. Zu denen gehöre ich auch und zu denen gehört auch der Großteil der Gesellschaften. Das andere ist es, den Leuten irgendeinen Quatsch einzureden, der einfach nicht stimmt und der einfach nur kleine Minderheiten betrifft. Und die hier allgemeingültig hochgejatzt werden, als wenn jeder Mensch mehr oder minder ein Zwitter ist oder ein Transgender-Mensch ist. Das ist doch albern, sowas. Brand und divers, aber dass in ganz, ganz vielen Hinterköpfen doch noch verdammt viele Vorurteile existieren. Meine Generation... In deinem auch. Offenbar gegen weiße, heterosexuelle Männer zum Beispiel. Hat dann eher damit gespielt, mit Homosexualität, mit Geschlechterrollen und mit dem Kampf für Freiheiten für Frauen. Und deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen ein Problem damit, sich das jeden Tag neu auszusuchen oder aussuchen. Nein, ich gehöre nicht zu Transgender-Menschen, nein. Habe ich das gesagt? Nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Um zu können, wie das vielleicht heute eher propagiert wird oder wie man vielleicht heute sich nicht mehr festlegen möchte. Also das ist ein sehr schwieriges Thema für mich. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass ich schon finde, dass es ein biologisches Geschlecht gibt. Geschlecht ist ein Gefühl. Dann für dich, was ist die Antwort? Nö, finde ich nicht. Wie heißt die Tochter? Carlotta. Carlotta. Das ist gut, dass du da kommst. Das ist wahrscheinlich anders. Das ist gut, dass du kommst. Freut mich sehr. Moin. Carlotta, jetzt darfst du dich da hinweisen. Carlotta, Geschlecht ist ein Gefühl. Was sagst du denn dazu? Das ist richtig. Das ist richtig? Jetzt die Mama. Ich glaube, das ist auch tatsächlich ein bisschen Generationending. Für mich ist das halt auch so. Da denkt Mama jetzt, ich habe dem Gör nichts beigebracht. Ich habe versagt in meiner Erziehung. Also es ist schwer, das zu formulieren. Aber für mich ist halt, wenn man das nicht entscheiden kann selber, dann ist dieser feministische Kampf, aus dem ich noch geboren bin, für sein Geschlecht, das ich angeboren habe, einzutreten für Rechte und so, das untergräbt das fast halt. Also wenn das so aufgefichert wird in noch mehr Fühlgeschlechter, dann untergräbt das, finde ich, teils sogar den Kampf für Feminismus. Ja, eben, da hat sie vollkommen recht. Das wird von ihm nicht weiter kommentiert. Dann lässt er dann immer, immer, na gut, immerhin wird gezeigt, dieses Statement. Ich kann da ja auch mal was zu sagen, weil da hat sie natürlich vollkommen recht. Das ist eine antifeministische Haltung, wenn man es zu Ende denkt. Aber das sehen diese Leute ja nicht. Wir definieren uns über Gruppen, zu denen wir gehören. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin total überzeugte Polizistin, dann ist das für mich eine Gruppe. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, wir nennen dich aber nicht mehr Polizistin, wir nennen dich jetzt Sicherheitskraft. Und damit gehören auch die Ordner vom Supermarkt dazu und vielleicht die Sicherheitskräfte in der Deutschen Bahn oder im Fußballstadion. Dann habe ich plötzlich etwas, was mit meiner Gruppe passiert. Die wird ausgeweitet und ich kann das als Bedrohung wahrnehmen, weil das, wo ich mich vorher so klar darüber definiert habe, ich bin Polizistin, ist jetzt unklarer. Bezogen auf die Trans-Thematik könnte das heißen, ich definiere mich total darüber, Mann zu sein. Und jetzt kommt jemand und sagt, ja, aber Mann sein müssen wir vielleicht ein Stück weit anders definieren. Das heißt nicht einfach nur mit Penis geboren sein. Und in diesem Moment kann ich das als Bedrohung für mich wahrnehmen. Wenn ich das so erkläre, ist mir eins nur ganz wichtig. Verstehen wollen ist der Kern der Psychologie. Aber etwas zu verstehen heißt nicht, dass man das gut findet oder dass man Verständnis dafür hat. Nur weil etwas typisch menschlich ist, ist das nicht gerechtfertigt. Es geht nicht um Bedrohung. Wir machen das jetzt mal so gentleman-like. Die alte Schule. Ich habe einen Enkelsohn, der ist jetzt mittlerweile sechs. Als der ganz klein war, da war seine Lieblingsfarbe, war pink. Der kommt im Kindergarten. Auf einmal ist pink nicht mehr seine Lieblingsfarbe. Das ist eine Mädchenfarbe, sagt er zu mir. Ich finde jetzt schwarz schön. Wo hat der Junge das? Ja, vernünftiges Kind. Von uns nicht. Das muss er im Kindergarten gehört haben. Und wir sagen, auch Jungs dürfen... Naja, vielleicht hat er zu Hause nur die Farbe rosa von euch bekommen die ganze Zeit, weil ihr ideologisch verbohrt seid. So, und im Kindergarten hat er andere Farben kennengelernt und denkt so, oh, schwarz ist ja eine geile Farbe. Scheiß auf pink. Ich bin ab sofort für die Farbe schwarz. Ja, nun. Pink schon finden. Alles Schwarzer geht hin und sagt, kann ja nicht sein, trans ist ein Trend. Da gibt es ganz viele, die jetzt einfach nur davon hören und dann fühlen die sich unsicher in der Pubertät und wollen dann plötzlich das Geschlecht wechseln. Was habt ihr dazu? Dann sollen sie sich ausprobieren. Ja, das finde ich auch. Ja, aber Geschlecht wechseln, ich muss nicht mehr ausprobieren. Das ist ein Eingriff in den Körper, der noch in der Wachstumsphase ist. Pubertät können sie sich ausprobieren. Dafür ist sie da. Ja, genau. Ja. Ich könnte euch gerade alle drei in den Arm nehmen und knutschen. Ich finde es so geil. Oh mein Gott. Nein, das können wir doch nicht senden. Ich finde total spannend, dass die Leute das so vielfältig sehen und finde, das passt auch zu diesem Thema. Was ist mein Geschlecht? Ja, es geht von bis und genauso gehen hier auch die Meinungen von bis. Kann ich denn sicher sagen, ja, ich bin Mann, ich bin cis, ich bin heterosexuell. Kann ich das mit hundertprozentiger Sicherheit sagen? Was würdest du sagen? Musst du das? Was bringt es dir? Schöne Gegenfrage. Nee, muss man nicht. Nee. Es ist völlig wurscht. Wir müssen darüber nicht reden. Ja, das ist eine schöne Gegenfrage. Du hattest eine Stelle bei dir im Buch beschrieben, die habe ich mir rausgesucht, weil ich die so auch prägnant fand. Die will ich dir nochmal vorlesen. 2018 saß ich auf meinem Bett und die Verzweiflung darüber, wie mein Leben weitergehen sollte, gipfelte in Heulkrämpfen. Zu dieser Zeit habe ich schlichtweg keine Zukunft für mich gesehen, so weiterzuleben, wie bisher hatte für mich keinen Sinn mehr. Rückblickend brauchte ich genau diesen Moment. Ich musste mir bewusst werden, und jetzt kommt es, oder anders gesagt, eingestehen, dass ich nicht weiter als Mann leben konnte. Das ist genau der Moment, der dann alles verändert hat. Ich wollte auf gar keinen Fall trans sein. Ja, also bitte. Es ist doch wunderbar, wenn unsere Gesellschaft so offen ist, dass man als Transgender-Mensch sich dazu auch bekennen kann und zu der Erkenntnis kommen kann und man auch keine Probleme damit hat. Es ist doch wunderbar. Und das ist doch jedem seine eigene Entscheidung, aber ihr müsst doch deswegen nicht die ganze Gesellschaft damit verrückt machen, mit diesem Thema. Weil das so viel Diskriminierung, so viel Gelächter, so viel Negativität, ich diesbezüglich schon mitbekommen hatte in meinem Leben, dass das für mich keine Option war. Das wollte ich nicht. Und dann kam der Moment, an dem genau das, was du gerade vorgelesen hast, das Leben so weiterzuleben, wie ich es bis dahin gelebt hatte, das wurde für mich noch unmöglicher, als trans zu sein. Und dann pragmatisch, wie ich bin, habe ich dann das Transsein ausgelöst. Ach so, verstehe ich. Und jetzt sagst du trotzdem, ich brauchte diesen Moment, dieses ganz unten sein im Tiefpunkt, um dann neu zu starten? Oder wie ist das für dich jetzt im Rückblick, in ein paar Jahren Abstand? Ja schon, sonst wäre ich ja heute nicht der Mensch, der ich bin. Also, wenn es den Moment nicht gegeben hätte, keine Ahnung, was dann heute wäre. Ich wäre auf jeden Fall sehr viel unglücklicher. Fenix sagt ganz klar, ich wurde im Körper eines Mannes geboren, aber ich fühle mich als Frau, ich bin eine Frau. Und das regt einige Leute in Deutschland tierisch auf. Die sagen, nein, das muss ganz klar sein, zwei Schubladen, Männer, Frauen und die Natur, die Biologie legt das fest. Ich spreche jetzt mit jemandem, der die komplette, sehr spannende Forschung zu diesem Thema im Blick hat. Es gibt auch noch eine etwas pragmatischere Haltung. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Das weiß Professor Doktor Heinz-Jürgen Voss. Mann, Frau. Das würde man doch noch sagen dürfen. Passiert ja auch gerade. Und du hast es auch gerade gemacht. Uns ist gar nichts passiert. Das ist gar nicht. Aus biologischer Sicht, wenn ich jetzt rumlaufe und sage, ich als Leon fühle mich als Mann, wer ist das schuld? Woran liegt das? Ist das die Gesellschaft, die mir das beigebracht hat? Ist das am Ende einfach nur Natur und Biologie? Oder bin ich das selber, der irgendwann eine Entscheidung getroffen hat über mein Geschlecht? Jens Jensen, morgen Abend wird gezockt ab 20 Uhr. Wir machen aber erst mal Hitman, weil das sich das Zuschauer gewünscht hat, dass ich Hitman spiele. Aber vielleicht schaffen wir auch noch ein bisschen GTA. Also morgen Abend ab 20 Uhr. Mal als kleiner Tipp zwischendurch. Also in der Sexualwissenschaft reden wir immer von einer psychosexuellen Entwicklung. Also es gehört alles zusammen. Sowohl Biologie, also physische und physiologische Merkmale, als auch Gesellschaft, das Soziale. Also ein Kind wächst ja nicht einfach so auf, sondern es sind immer Eltern und Erwachsene ringsherum. Und dann natürlich auch eine gewisse Autonomie. Du sagst ganz klar, XX, XY, was man sich jetzt erstmal so als Mann, Frau vorstellen würde, so einfach ist es nicht. Es gibt noch viel, viel mehr. Heißt das jetzt, aus biologischer Sicht gibt es mehr als zwei Geschlechter? Ja, selbstverständlich. XX, XY, es gibt auch X0, es gibt XX, es gibt unterschiedliche Kombinationsmöglichkeiten. Mittlerweile sind etwa 1000 Gene beschrieben, die bei der Ausbildung des Genitaltraktes eine Bedeutung haben sollen. Und die allermeisten davon sind nicht regelmäßig auf den sogenannten Geschlechtschromosomen X und Y zu finden. So einfach ist es nicht. Ja, sondern wahrscheinlich, es ist extrem selten. Das wollte er wohl damit sagen. Also es ist, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering, dass es von den beiden Geschlechtern abweicht. Ich ziehe mir als Junge ein Kleid an, ich spiele als Mädchen mit den Rittersachen. Heißt das jetzt, ich bin trans? Gerade in der Kita im Kleinkindalter ist es wichtig, durchaus viele Möglichkeiten für Neugierde den Kindern zu eröffnen. Aber das bedeutet noch nicht, dass irgendwie eine Frage um Geschlechtsidentität in Richtung trans zum Beispiel dann offen sein muss. Und eine Hormonbehandlung oder vielleicht auch eine Genital-OP, das wäre ja deutlich mehr, als ich ziehe jetzt ein Kleidchen an. Wir haben im Moment, und das wurde ja erst seit 2021 ein Stück weit abgestellt, die Behandlung bei intergeschlechtlichen Minderjährigen. Und da war es bisher so und ist weitgehend noch heute so, dass die Kinder bis zum zweiten oder vierten Lebensjahr genital operiert werden sollen. Mit schweren und schwersten Komplikationen, die sich da herausgestellt haben, einfach aus einer Sichtweise heraus, damit sich eine klare Geschlechtsidentität ausbilden könne, sollen sie ein klares Genital haben. Und die Eingriffe finden weiterhin statt. Und an den Stellen gibt es keinen Aufschrei über die Eingriffe, aber wenn Transpersonen sich selbstbestimmt entscheiden, ach, ich möchte diesen und jenigen medizinischen Wunsch haben oder ich möchte meinen Vornamen ändern oder Personenstand ändern, schon da fangen ja die ganzen Gutachten an. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, wenn ein Kind da ist und nicht einfach in eine von beiden Schubladen gesteckt werden kann, dann mache ich schon mit zwei oder vier Jahren eine wirklich krasse OP. Wenn jemand sagt, ich bin jetzt 16, 17 und seit Jahren fühle ich mich als Frau, aber ich wurde mit Penis geboren und ich will operiert werden, dann muss sie warten, bis sie 18 ist. Genau. Und das, was ich versuche. Wie oft kommt denn das bitte vor, dass kleine Kinder im Alter von zwei Jahren in irgendeiner Form geschlechtsangleichende Operationen bekommen? Wie oft passiert denn das? Das ist doch, das ist doch, das ist doch, das ist doch, also, das ist mir nicht bekannt, dass das jetzt irgendwie andauernd passieren würde. Das können doch Einzelfälle höchstens. Oder, oder was? Die Versuche in meinen Arbeiten zu zeigen ist, dass wir uns Geschlecht insgesamt offener angucken müssen und dass wir bei 100 Prozent der Menschen tatsächlich eher eine individuelle Geschlechtsentwicklung in den Blick bekommen müssen. Also, es geht nicht darum, dass wir jetzt gucken, dass wir irgendwie einen dritten Platz finden, wo irgendwie ein paar Leute drin sind, sondern wir müssen Geschlecht anders denken, also eine Gewissheit wegdrängen, die Vielfalt der Merkmale und die Komplexität insgesamt in den Blick bringen. Moment, jetzt will ich auch mal ein Foto haben, ähm, ähm, das sieht so gut aus. Also zusammen, dann komm ran. Ich habe ein Interview mit dir gesehen, da hast du dein Dating-App-Profil gezeigt. Was müsste in diesem Film passieren, damit du das hier auch machst? Hast du dein Handy hier? Können wir mal reingucken? Das liegt drüben, ja. Phoenix. Da steht es direkt Transwoman, Bisexual, Retroflexible. Wenn du jetzt einen stellst, die sollen Frauen angezeigt werden, dann kannst du direkt auswählen, okay, welche Geschlechtsidentitäten genau dir angezeigt werden. YouTube, Fensur, so sofort. Es kam auch nur so eine Schaltfläche. Das heißt, ich weiß, jeder Mensch, den ich sehe, jeder Mensch hat bewusst angeklickt, ich möchte auch Transfrauen sehen. Mhm. Darf ich die Fotos mal sehen? Weiß ich selbst nicht, was hier kommt. Länger nicht, Leute, mal gucken, oder nicht? Wir schreiben hier viele, also kommst du gut an? Ja. Und das, was du auch nicht vergessen darfst, für uns Transmenschen ist ja das Transsein auch nicht den ganzen Tag irgendwie das Thema. Bedeutet, wenn Sophia Menschen fotografiert, ob nun Transmann, Transfrau, nicht-Binär oder whatever-Queer, das ist ja ein Individuum. In welchen Momenten tritt das für dich so voll in den Hintergrund? Oder ist das eher der Standard und ich müsste fragen, in welchen Momenten tritt das so voll in den Vordergrund? Eher, ja. Ja, ja. Und wann tritt es voll in den Vordergrund? Heute? Jetzt gerade, in diesem Interview. Nein, natürlich beruflich viel. So in meinem Privatleben. Ich sitze nicht jeden Tag da und denke mir, oh, ich bin eine Transfrau, was bedeutet das für mich? Wie geht es mir damit? Ich bin ja ein Mensch. Geschlechtsteile. Ist das so komisch, denn irgendwie zu sagen, irgendwie, ja, ist doch eigentlich egal, ich rede doch gar nicht jeden Tag darüber. Aber warum muss es denn dann hier so groß zum Thema gemacht werden? Denn mach es doch gar nicht zum Thema. Ja, ist doch wunderbar. Wir reden einfach gar nicht drüber. Jeder soll sich so entfalten, wie er will. Und jede. Und wir akzeptieren das als Gesellschaft. Jeder kann sich so entfalten und auch entsprechend sich anziehen oder sich identifizieren. Nach gut dünken. Ist doch alles wunderbar. Also warum muss man da irgendwie groß drüber sprechen? Muskelmasse, Hormonlevel. Das alles lässt sich sehr konkret messen. Aber wir haben bisher ja auch gesehen, dass noch viel mehr das eine Rolle spielt, wenn es um unsere Geschlechtsidentität geht. Die Gesellschaft und vor allem ein, wie fühle ich mich, wie nehme ich mich eigentlich wahr? Der Ort, an dem das dann alles zusammenfließt, ist hier oben drin. Unser Gehirn. Und ich treffe jetzt Susanne Weiß, eine Forscherin, die Geschlechtsunterschiede im Gehirn untersucht und sichtbar machen will. Hier am Forschungszentrum Jülich. Und ich werde die Möglichkeit bekommen, mein Hirn zu scannen. Susanne, du erforschst das Gehirn. Genau. Und ich frage mich jetzt, okay, wenn ich jetzt wissen will, bin ich Mann, Frau, was macht meine Geschlechtsidentität aus? Irgendwas dazwischen. Warum in den Hirnskeller? Wir können erste Schlüsse über die Geschlechtsidentität ziehen. Wir können die darin nicht einfach ablesen, nicht erkennen. So weit sind wir noch lange nicht mit dem Verständnis des Gehirns. Aber wir können vielleicht erste Schlüsse darin ziehen, ja. Dann bist du bereit. Ich habe so was von bereit. Kann mich jemand hier hören oder bin ich das Ganze alleine auf mich gestellt? Bin ich jetzt der Erste, der sich hier ein bisschen unwohl fühlt? Ja, aber ich denke, es geht darum, wie ich das selbst fühle, wie ich das selbst identifiziere. Ich dachte, darum geht es jetzt. Jetzt wollen sie bei ihm ins Gehirn gucken und wir finden da möglicherweise irgendwas. Oh, da ist noch ein kleiner roter Punkt. Das heißt, eigentlich müsstest du dich als Frau identifizieren oder was? Obwohl er es vielleicht gar nicht möchte und gar nicht diese Neigungen hat. Was soll denn das? Was wollen die denn damit erreichen? Das ist völlig normal, aber du musst dir keinen Bock aufmachen. Boah, für Menschen mit so Klaus-Tropofen ist das aber auch nichts, oder? Nein. Boah, das ist schon ein krasses Gefühl, jetzt hier in so eine Röhre zu kommen. Alter, was ist das denn? Wow. Dieser Scan wird jetzt ca. 5 Minuten dauern. Danke. Dann gab es mich auch nicht. Wir machen hier so schwierige Themen auf und dann muss ich da 10 Minuten nur mit mir und meinen Gedanken in dieser Röhre liegen. Du schiebst mich in eine Röhre. Wie willst du mir jetzt damit irgendwas über meine Männlichkeit, über mein Gefühl, Mann zu sein, sagen können? Wenn wir uns das Gehirn jetzt alleine angucken, kann ich dir nicht sagen, ob du Mann oder Frau oder... Moment, du könntest mir nicht sagen, ob ich Mann oder Frau bin. Also wenn wir das jetzt hier so durchgehen und darunter wäre jetzt dein Hirn aus dem selben Scanner, dann würdest du keine Unterschiede sehen? Ich würde Unterschiede sehen, aber die würden sich nur auf die Individuen beziehen. Dein Hirn ist nicht gleich wie mein Hirn. Ich dachte jetzt wegen Mann und Frau. Nee, also nee, nee. Gar nicht. Mit dem großen Auge sowieso. Frauen haben das kleinere Hirn. Auf keinen Fall. Wenn das so einfach wäre, würdest du jetzt sagen, wir haben schon 1000 Hirne gescannt, jetzt legen wir da... Ja, was heißt das denn? Das heißt doch Gornix. Man kann ja vielleicht mal weiter unten gucken, ob wer eine Gebärmutter hat und wer nicht. Wie ist es denn dann? Oder zwischen die Beine? Gibt doch Merkmale. Was soll dieser Quatsch mit dem Gehirn jetzt? Deins mal dazu. Der Computer soll mal vergleichen. Du bist ein Mann. Ich nehme mir ganz, ganz, ganz viele Daten. So viele, wie ich finden kann. Tausende von Daten. Und benutze Methoden der künstlichen Intelligenz, um zu trainieren, um diese Maschine lernen zu lassen. Was sind denn vielleicht Unterschiede? Das sind Unterschiede in der Struktur. Und auch wenn wir tausende Datensätze vergleichen, können wir die zwar mit dem bloßen Auge nicht sehen, aber künstliche Intelligenzen, Computer, finden die. Kann Muster identifizieren. Kann Muster identifizieren. Das Individuum ist das Wichtige. Also wir finden innerhalb von jeder Gruppe von Frauen größere Unterschiede als zwischen dem durchschnittlichen Mann und der durchschnittlichen Frau. Also innerhalb des Geschlechts sind die Variationen immer größer. Sprichst du vor deinem Hirnscanner, vor all den Daten, vor all den Computern und sitzt trotzdem hier? Ja. Um dann zu zeigen, ey, da ist es nix? Ne, um weiter zu forschen und zu verstehen, welche Aspekte sind denn vielleicht doch unterschiedlich und warum sind die unterschiedlich. Und was wir bisher jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Ich verstehe das Ziel dieser Forschung nicht. Ich kapiere nicht, was sie jetzt erreichen will. Wenn jetzt die Männer männlichen und weiblichen Gehirne keine Unterschiede aufweisen und im Grunde gleich strukturiert sind, ist das doch super. Das ist doch eine gute Erkenntnis. Wonach sucht sie jetzt noch? So ein Hirn ist extrem plastisch. Das Gehirn verändert sich ständig. Offensichtlich ist Altern, da wird das Gehirn kleiner, es verändert sich. Unser Gehirn passt sich dauernd an. Und insofern wissen wir selbst, wenn wir jetzt diesen Unterschied finden, noch immer nicht, ist das jetzt eine biologische Sache von Mann und Frau oder ist es das, was unser soziales Umfeld mit uns gemacht hat? Susanne hat gerade was beschrieben, was ich mal kurz aufgreifen möchte, weil das, glaube ich, ganz, ganz zentral ist, dass wir es einmal vor Augen haben. Wenn wir uns ein Gehirn vorstellen, dann denken viele vielleicht, ja, das hier in meinem Schädel und wenn ich dran klopfe, ist irgendwie auch alles fest und fertig. Aber das ist eben nicht. Plastizität ist das Stichwort, nämlich ein Gehirn verändert sich die ganze Zeit. Wir lernen dazu, es verändert sich im Laufe des Alters, es verändert sich massiv in der Pubertät, es verändert sich, wenn wir uns kleine Kinder angucken, da kann man es ja fast beobachten, durch das gesamte Leben eben auch noch. Und wenn man Alzheimer hat, dann trocknen das aus, ja, das sind wir alles. Im hohen Alter, bis wir sterben. Und diese Plastizität, die ist eben nicht einfach naturgegeben, sondern die hängt davon ab, wie wir leben, mit wem wir leben, in welcher Gesellschaft wir aufwachsen, was uns vorgelebt wird, was Rollenbilder sind, wie wir denken, wie wir zu sein haben. Und das sind doch Binsenweisheiten, die er jetzt hier verbreitet. Ja, klar, wir leben ein Leben und lernen jeden Tag was dazu und haben neue Eindrücke und lernen dies und lernen das und das bleibt alles oben im Gehirn gespeichert. So, ja, klar. Wenn ich zum ersten Mal mit dem Flugzeug fliege, dann weiß ich, wie ist es, mit dem Flugzeug zu fliegen, denn was ist hier oben im Gehirn gespeichert. Man, das ist aber auch eine Erkenntnis, du. Man, die hat aber, also, das ist ja Nobelpreisverdächtig, was die Frau da rausbekommen hat. Das ist ja Wahnsinn. Auf unsere Geschlechtsidentität. Da müssen wir aber auch festhalten, mit allem, was ihr mittlerweile wisst und erforscht, du kannst mir jetzt auch nicht klar sagen, sie ist so oder so. Nee, natürlich nicht. Also, das sollte sich die Wissenschaft auch nicht anmaßen, denke ich. So weit sind wir, so weit werden wir auch nie sein. Wissenschaft ist ja nie fertig. Genau, das ist ja das Schöne an der Wissenschaft. Natürlich hätte ich mir jetzt gewünscht, ich werde mir Hirnscanner geschoben und dann sagt mir eine Forscherin, ja, ganz klar, Leon, du bist ein Mann. Aber so einfach ist es eben nicht, denn die Kerneinsicht ist ja offenbar, okay, Computer finden Unterschiede, wenn man tausend Männer und tausend Frauen reinschiebt. Aber was diese Unterschiede bedeuten und ob die jetzt von Natur gegeben sind oder ob die Gesellschaft uns dir irgendwann beigebracht hat und dein Hirn sich angepasst hat, das weiß man noch nicht. Zie mir jetzt mal weiter. Je mehr wir sprechen, je besser ich irgendwie auch dich kennenlernen und deine Geschichte verstehe, desto mehr habe ich das Gefühl, fallen so ganz viele Fragen weg, die ich dir eigentlich stellen wollte. Auch wenn du sie noch nicht beantwortet hast. Ja. Ich hatte so zum Beispiel in meinem Kopf, vermisst du manchmal dann, dass du das im Stehen pinkel. Ja. Und da habe ich jetzt das Gefühl, dass will ich dich eigentlich gar nicht mehr fragen und tue ich jetzt hier gerade auch nicht, weil ich so merke, ey, okay, du hast mir jetzt einfach schon so viel. Ja, wieso, kann doch weiter im Stehen pinkeln. Warum denn nicht? Wer hindert sie denn daran? Oder ihn oder es? Das ist doch auch wieder denn, ne? Ich bin jetzt trans, ich darf jetzt nicht mehr im Stehen pinkeln. Das war auch schon wieder eine Einschränkung des eigenen Lebens. Pinkel doch im Stehen. Piss in die Ecke. Erklärt und ich habe so viel verstanden, dass es für dich eben dieses, ja, ich war mal irgendwie im Körper eines Mannes, dass das einfach gar nicht mehr so eine Relevanz hat. Ja, also, ja. Ich merke, dass mein Sprechen mit Phoenix tatsächlich schon ganz viel mit mir macht und auch dieses Auseinandersetzen mit dem Thema. In der Psychologie gibt es dazu schon lange die Kontakthypothese. Aber es ist unbedingt eine Veränderung zum Besseren. Tatsächlich gibt es eine Untersuchung, wo es genau um dieses Thema trans und sexuelle Identitäten und Geschlechter ging, hat man jungen Menschen kurze Videos gezeigt von einer trans Person, die einfach mal von ihrem Struggle berichtet. Und diese Leute verändern nachher ihre Einstellung gegenüber trans Menschen. Die kriegen also einen neuen Blick, weil sie mit der Person und wenn auch nur per Video in Kontakt kommen. Wenn du jetzt so von Leuten hörst, die so sagen, boah, weil drüber berichtet wird, dann machen wir uns jetzt Sorge, dass dann die Kinder, die vielleicht irgendwie mit irgendwas unsicher sind, dass die dann irgendwann sagen, ja, dann bin ich halt trans. Dass das so zum Trend wird, wo dann plötzlich Kinder sagen, ja, dann entscheide ich mich halt so und so. Also ich kann hautnah berichten, Erfahrungen aus der ersten Reihe, dass Transländer dafür viel zu wenig Spaß macht. Warum sollte man sich freiwillig in diese Situation begeben? Als Spiel. Wenn es Cis-Menschen gibt, die in diese ganzen Stereotypen vorreinpassen, go for it. Viel Spaß dabei. Das Wichtige ist, dass wir Menschen, die nicht in diese Stereotypen passen, dass die mit genauso viel Respekt begegnet wird. Oft reden wir so von so einem Spektrum, aber ist es am Ende nicht ein Kosmos? Und wenn ich das so sage, klingt das total, klingt das fast schon esoterisch. Es ist halt einfach eher so ein Raum, in dem wir uns alle bewegen und es ist vollkommen fein, dass das so ist. Und wir sind alle individuell anders in dem, wie wir sind. Es gehört ja so viel zum Sein dazu, zu dem, wer ich bin. Und ich merke und finde es gut. Das ist doch irgendwie komisch. Es kommen andauernd irgendwie diese basierten Kommentare, wo ich sage, ja, genau, so ist es doch. Aber rein praktisch wird es dann doch wieder alles verkompliziert. Und kommen immer mehr Fragen in meinem Kopf auf. Und ich hatte einerseits gehofft, dass ich ganz viele Antworten bekomme. Aber ich werde, glaube ich, mehr Fragezeichen nach Hause gehen. Ich will dir tschüss sagen. Ich möchte, dass du jetzt gehst. Nein, ich lasse dich. Vielen, vielen Dank, Felix. Das war wirklich. Dir auch. Mach's gut. Bis dann. Ciao. Ich muss sacken lassen, merke ich ganz ehrlich. Ich bin losgezogen mit der Frage, woher kann ich eigentlich so sicher sagen, dass ich ein Mann bin. Und ich würde schon nach all diesen Gesprächen immer noch sagen, ja, ich bin mir sicher, ich bin ein Mann, ich fühle mich als Mann und so weiter. Und trotzdem merke ich, dass diese Gespräche mit Phoenix, mit dem... Ja, hättest du dich mal gar nicht beschäftigt mit dem Scheiß, dann würdest du über so einen Quatsch nicht nachdenken und könntest ein wunderbares Leben als Mann führen. Jetzt hast du dich selber verrückt gemacht. Siehst du, das hast du jetzt davon, Junge. Experten und Experten, mit dem, was ich auf der Straße mitbekommen habe von den Leuten, dass das unglaublich viel mit einem macht. Und dieses Bild von Phoenix, gerade ganz zum Schluss der Kosmos, nicht einfach nur von bis, schon gar nicht einfach nur zwei Schubladen, das fand ich so stark. Weil das ist eben etwas, was man in der Psychologie immer wieder sieht. Und es macht so viel mehr aus, als einfach nur ein A und ein B, ein Mann und ein Frau. Und wenn man es dann noch oben drauf schafft, sich vielleicht für andere Leute mit stark zu machen, die irgendwann auch keinen Bock mehr darauf haben, immer kämpfen zu müssen, einfach nur für ihr Dasein, für ihre Identität. Ich glaube, da haben wir alle noch mal viel weiter. Und das nehme ich auf jeden Fall auch von ihr und von allen heute mit. Also, wenn er drei Tage nicht geschlafen hat. Wer bin ich wirklich? Was macht meine Identität im Kern aus? Das ist so eine spannende Frage und das Geschlecht ist eben nur ein Teil davon. Es geht direkt weiter, wenn du willst, in der ZDF-Mediathek. Wir haben eine Folge, wo ich mit einer Person spreche, die 70 Identitäten in ihrem Kopf hat. Das nannte man früher multiple Persönlichkeiten. Wirklichkeit steckt was ganz anderes hinter. Oder mit Joey Jungle, der war einer der erfolgreichsten YouTuber in Deutschland und sagt, irgendwann diese Digitale-Identität, die will ich nicht mehr. Am besten also direkt jetzt in der ZDF-Mediathek weiter Terra Explore gucken. Ja, alles von euren Gebührengeldern. Herzlichen Glückwunsch. Ach, Leute. Nee. Die machen, das ist ein richtiger Medienterror, der hier stattfindet. Die machen hier die Leute alle verrückt mit solchen Reportagen und mit solchen Clips. Also das ist einfach, dann wird da so eine Pseudowissenschaft, wird da dann zitiert und das wird alles so komisch dann kommentiert und verkompliziert, damit auch ja keiner mehr durchblickt. Und jeder tatsächlich irgendwann Zweifel bekommt, ob er noch irgendwie wirklich ein Mann oder wirklich eine Frau ist. Also ehrlich, Terra X, Mensch. Also dieser Begriff Terra X, der ganz früher mal für anspruchsvolle Reportagen stand, der wird so mit Füßen getreten vom ZDF. Das ist unfassbar.